Hallo und willkommen nochmal bei Phasers in Light. Vielleicht werden wir es nicht diesmal überleben. Ich weiß es nicht. Ich habe erstmal nachgeguckt, wie man noch an andere Schiffe rankommt. Und das werden wir jetzt erstmal versuchen. Sollte ich es heute, also das werde ich dabei versuchen. Sollte ich es diesmal wieder nicht schaffen, werde ich es mal auch leicht durchspielen. Vielleicht. Haben wir dann mal eine Chance. Ich weiß es nicht. Wunderfalles Achievement. Also entweder müssen wir vier Sachen organisieren oder drei Drohnen letztlich rausholen. Das wird wohl nicht so schwer sein. Ja. Dabei ist natürlich wieder ich, der Pilot. Hier das Schiff ist gar nicht unbenannt. Das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Marf ist diesmal der Fuzzil. Und Darlok hat wie immer der Waffenmann. Wir haben unser Problem gelernt. Wir sollten irgendeine Art von Bewaffnung gegen Leute haben, die unsere Schiffe einbrechen. Wir sollten irgendeine Art von Bewaffnung. Einen Rollenpaar haben wir kommen. Mehr X-Crab. Wunderbar. Fangen wir ein bisschen schneller vielleicht. Egal. Okay, wir haben Glück gehabt. Wir helfen zwischen dem Schiff. Okay. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Ah, ich hab Autofeuer aus. Oh, verdammt. Oh, das ist ein... Oh, oh. So war's besser. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Erfolg. Oh, oh. Hm, hier gab's eh nichts, was ich haben möchte. Ja. Wie immer, auf die Waffen Ah, deswegen haben wir keine Waffen jetzt gerade Unsere Waffen getroffen, ja Penner So Kaputt gemacht Noch mal eins Ah, ich hasse das, wenn die Drohnen daneben schießen Äh, nö, nicht von Slugs Ah, Augment, oh, super hat sich doch gelohnt Jetzt können wir noch eine kleine Runde Äh, klar, nachschauen Das funktioniert nicht Wir reden mit ihnen Oh, das ist wie so ein Pferd sich dran Stupst und ihm was zu zeigen Das war nett von den Pferden Das schaffen wir noch Und wenn nicht, Risiko Äh, retten wir ihn Nehmen wir mal mit Hey, wir haben einen neuen Crewmember Charlie Und Jax Wo kommt Jax her Ein Zoltan Cool Er produziert Energie Wie cool Und wir haben Jax Jax ist back Dann gehst du natürlich dann zu den Schilden Und Da du auch engine bist Kannst halt da oben hingehen Er produziert Energie Wunder, geil Wie cool Ah, das schaffen wir ja nicht mehr Ich würde Risiko Risiko Hier rein Hier rein Ach, komm, das schaffen wir Risiko Eine kleine Bombe So, jetzt spring mal da rein Okay, wir müssen Energie abschaufeln Und Und ICH auf die Drohne. Immerhin. Oh, verdammt. Das wird nicht gut enden. Aber ich wollte das Risiko nehmen. Ich kann auch reden. Nein, Tatenverrichtung. Wie mies. Ich glaube, wir können ihn löschen. Schild weg Wird das spannend gleich Hat er gelöscht Wird das gefährlich Wir müssen jetzt in die gegnerische Flotte reinspringen Äh Wir haben keinen Scrap dafür übrig Wir holen ihn einfach so da raus Und in den E-Bund-Blast auch die Waffensysteme natürlich Jax zurück an die Kontrollen Natürlich werden wir annehmen und den einen Sklaven retten, wenn sie das anbieten Das war mein Sinn der Sache hier Wie viel werde ich den Fehler machen, um mit einer ganz kleinen Crew aufzutauchen Na komm Na komm Na nur bleibt in dem Angebot, ich möchte den abnehmen Ja Noch ein Engie Das wollte ich jetzt eigentlich nicht haben Oh man Ich weiß Oh fuck Du hältst mich bei den Schilden Oh 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 Die Raketa hat reingehauen Maxime reparieren wir die Kameras Oh Eigentlich und hier. Das schafft man glaube ich nicht. Schade, hat gut angefangen. Ah, da war mal zu riskier. Riskier-Business. Wohin hier mal ab geht dahin, Maxim geht auch hoch. So, wir müssen nicht mehr lange durchhalten. Vielleicht können wir weg springen, vielleicht schaffen wir es sogar noch hier raus. Komm an, komm an. Weg hier, raus! Zu den Rocks, scheiß drauf. Oh, war das knappes. Ja, ob wir das Schiff noch weiter durchbringen, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss! The, da ist noch nie, das war das Schiff noch mal nicht. Wo ist noch nie, das war ein Schiff noch raus.